faustkampf auf der gamescom und zwar im realen leben der online streit zwischen twitch star tanzverbot und den beiden casinostreamer orange morange und scurros eskaliert auf der kölner spielemesse videoaufnahmen zeigen das wurdgefecht der drei nicht immer ganz jugendfrei die wurdwahl dem verbalen folgt ein physischer kampf laut eigener aussage von orange morange wurde er von tanzverbot angespuckt und geschubst seine rache ein becher voller red bull blöd nur dass das energiegetränk vor allem lola die begleitung von tanzverbot trifft seit wochen kritisiert tanzverbot seine kontrahenten wegen ihrer deals mit online casinos orange morange und scurros kassieren nämlich ordentlich kohle von den spieler anbietern dafür dass sie sich selbst beim zocken auf den jeweiligen plattform aufnehmen und das live ins internet stream für die casinos eine tolle werbung für tanzverbot jedoch ein ärgernis hier ja hier der sieht aus wie tanzverbot alter wollte seid ihr doof der sieht aus wie tanzverbot alter 100 prozent alter wo wir gar nicht zu reden alter das ist für mich im begriff von tanzverbot guck mal hier guck mal hier guck mal diese gesicht mit diese zähne so wir machen daneben ich sag's euch alter das kein spaß immer wenn ich diese fresse sehe ich denke an tanzverbot ich meine das ernst alter so wenn ich über sein gesicht höre hey wollt ihr mich verkackern alter wollte mich verkackern alter denkt ich erzähle dir spaß oder was vergleich mal diese gesicht hier mit diesem gesicht dicker eins zu eins der war einmal schwimmen naturschützer sind gekommen mit boot wollten tanzverbot mitnehmen alter mit netzen die dachten der bieber ist ausgebrochen alter die dachten der bieber ist komplett ausgebrochen alter die wollten den einpacken der hat so geguckt alter der hat so komplett geguckt dicker der hatte so eine russisch russische schelle bekommen der wäre gar nicht mehr hier hier steht doch hier irgendwas tanzverbot screw und orange morange prügelei auf games go mein gott alter was für prügelei das kindergarten ich habe mich in der vierten klasse mehr geschlagen was ich da gesehen habe dieses schubsen da irgendwie getränke auf eingeschmissen und so dicker wollte mich verarschen hat der ganz ehrlich leute seid ja dumm oder so was für schlägerei in der vierten klasse habe ich spektakuläre gekämpfte alter was die da gemacht haben untergeben das ist kindergarten hoch 50 alter kindergarten hoch 50 alter bieber bleibt mit seiner lola alter und lola diese lola sieht einfach aus wie ein streuch alter wie so ein streuch alter dieser vogel mit großen augen ja ja kinderschubserei alter ich schwöre kinderschubserei alter junge